ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge unserer musik macht mut gespräche heute haben wir als gast jemanden der sich mit sound design beschäftigt einen sound designer mit einem spannenden thema es geht nämlich um die entwicklung von gescripteten libraries für e-kontakt ich würde dann einfach gleich mal an dich übergeben hallo wer bist du und was machst du ja hallo tim vielen vielen dank für die einladung hallo liebe leute da draußen mein name ist claus betz ich bin eigentlich audio engineer seit rund 15 jahren aber bin dann eigentlich direkt nach meinem studium an der sae so in richtung instrumenten entwicklung sound design abgedriftet im rahmen des studiums musste ich halt ein praktikum im studio machen und dachte eigentlich okay ich bin jetzt im ganz normalen ton studio betrieb gelandet aber ist der zufall so wollte war es dann ein studio was sich auf die entwicklung von virtuellen instrumenten konzentriert hatte das ist das bedroom studio vom lieben uli baronowski in köln und hat zu der zeit brachte native instruments gerade kontakt in version 2 raus was diese ganzen scripting funktionen die man heute so kennt von den ganzen kontakt libraries so mit sich brachte und im endeffekt war hatte ich das glück da zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort zu sein und mich dann direkt von anfang an mit dem thema zu beschäftigen okay und wie ist es denn dann mit einer kontakt library wie ist denn eine kontakt library denn an sich aufgebaut es geht eigentlich ganz am anfang los wie eine ganz normale sample library sprich man hat sich irgendein thema überlegt also bei uns war das ganz am anfang das sampling von piano also sprich man hat einzelne aufnahmen von den verschiedenen piano spielarten gemacht man hat die einzelnen tasten gesamtel die verschiedenen anschlag stärken und so weiter und so fort und den ersten schritt muss man sich dann so vorstellen wie wie eigentlich das traditionelle mapping in einem hardware sampler wie man das früher noch gemacht hat oder eben wie in den diversen software samplern heute auch man nimmt diese einzelnen samples und ordnet die in einem prozess der nennt sich mapping gewissen tasten auf dem keyboard zu und einer gewissen anschlag stärker also das ist dann so dass du auf dem keyboard beispielsweise die taste c3 drückst und dann weiß der sampler okay an der stelle liegt das und das sample das spiele ich jetzt ab und dann kommt ein ton hinten raus das ist eigentlich noch so der ganz normale standard kam wie halt jeder sampler funktioniert und dann ging halt native instruments hin und hat diese scripting schnittstelle in kontakt 2 eingebaut und das ist eine scripting funktion die sitzt eigentlich zwischen dem midi eingang in den sampler rein und dem sampler selber sprich man kann mit dem skript dann sagen wenn beispielsweise midi note c3 wie gerade genannt reinkommt was mache ich denn damit zum beispiel spiel einfach stattdessen c4 aber du transponiere das ganze nach oben oder ändern wir die anschlag stärke oder macht dies und das und jenes und das ist halt eine scripting sprache die ist jetzt so in den jahren immer größer und mächtiger geworden also man kann mittlerweile fast den kompletten sampler damit fernsteuern und alles wild durch die gegend transformieren und advanced war zum glück am anfang auch so schlau und hat direkt gesagt okay wir machen halt nicht nur diese transformationsfähigkeiten da rein sondern wir geben dem user auch die möglichkeit er kann sich direkt noch eine komplette eigene benutzeroberfläche dazu bauen also kann eigene buttons anlegen eigene potis und damit auch kontakt fernsteuern er kann sich also die die wichtigsten parameter direkt auf seine eigene benutzeroberfläche machen und ja mittlerweile meinen der eine oder andere kennt wahrscheinlich so die diversen kontakt libraries da draußen sind die sind mittlerweile richtig richtig mächtig geworden und da passiert so einiges also das ding ist ordentlich gewachsen im laufe der zeit okay und was benötigt man dann um eine library für kontakt zu erstellen ja das ist eigentlich das schöne also man braucht gar nicht so viel man braucht halt klar eine kontaktvoll version viele haben die wahrscheinlich auch schon irgendwo rumliegen im rahmen beispielsweise von so einem native complete bundle und eigentlich war es das auch schon fast nennen für das scripting selber braucht man nichts anders als einen ganz normalen text editor also das kann der text editor sein der beim betriebssystem dabei ist oder eine von den diversen freewares die so draußen im netz rumfliegen es reicht also alles völlig aus und es gibt ein paar editoren mittlerweile die haben sich so ein bisschen darauf spezialisiert oder bieten gewisse spezial tools und hilfen an um für kontakt zu skripten also wäre jetzt beispielsweise mal sublime genannt dafür gibt es eine plugin erweiterung die die macht dann so schöne sachen wie beispielsweise dass die einem so gewisse keywords im skript also bestimmte befehle werden dann farblich hinterlegt dann sieht man direkt okay ich habe das richtig geschrieben oder man kann es halt einfach besser lesen aber prinzipiell braucht man tatsächlich nichts anderes als kontakt und text editor und kontakt selber hat sogar einen eigenen editor mit drin also man könnte auch theoretisch das skript in kontakt selber reinschreiben aber das ist so klein tut euch das nicht an alles klar gut zu wissen und was wäre dann ein guter einstieg wenn man sich tatsächlich jetzt selber mit dem thema beschäftigen möchte also bei kontakt selber sind schon diverse beispiel skripte dabei wenn man den skript editor darin öffnet dann gibt es also diverse tools wie beispielsweise nehmen wir mal einen arpeggiator der gescriptet ist und die sind auch völlig offen die kann man also einfach öffnen sich den skript code angucken und es gibt von native selber auch eine große anleitung dazu was ein bisschen schade ist die anleitung ist eigentlich mittlerweile eher wie eine auflistung aller befehle also ist ein bisschen mühselig die zu lesen wenn man jetzt so in dem ganzen thema noch gar nicht drin war also wer so ein bisschen background in sachen programmierung hat der wird eigentlich da direkt durchsteigen weil so diese diese syntax von dem skripting also wie halt so ein skript aufgebaut ist wie das geschrieben ist das ist eigentlich kann man in 90 prozent aller programmiersprachen so auch sehen da kann man sehr sehr viel ableiten aber wenn man davon neu anfangen würden also wer die möglichkeit hat noch eine ältere skripting anleitung zu finden die bei kontakt zwei oder kontakt drei beilag da war es nämlich noch wirklich so dass das ding ja wie so ein leitfaden ans programmieren geschrieben war und die habe ich mir damals ausgedrückt habe mich damit in den garten gelegt und das ding durchgearbeitet und habe es mir dann so ein bisschen drauf geschafft das war sehr sehr schön aber ansonsten gibt es halt auch diverse foren dafür also beispielsweise das native forum selber da gibt es eine unterrubrik für skripting es gibt großes forum bei wie eye control heißen die glaube ich da wird einem immer geholfen und so kann man sich da eigentlich reintasten ja vor allem auch in der momentanen zeit aber man vielleicht jetzt einfach ein bisschen mehr die möglichkeit hat so wie du jetzt im garten zu liegen oder auf dem balkon zu sitzen oder auf dem sofa zu liegen und sich mal tatsächlich so die sachen dann auch in der theorie so ein bisschen rein zu ziehen das ist vielleicht gerade eine ganz gute möglichkeit zu solchen sachen du hast jetzt schon über plattformen gesprochen gibt es denn auch noch andere plattformen mit denen so eine instrumententwicklung ebenfalls möglich ist es sind mittlerweile ein paar hersteller nachgezogen die haben allerdings noch nicht ganz so die popularität von kontakt erreicht weil kontakt halt einfach da der erste weil er sich da wirklich durchgesetzt hat also mittlerweile ist es beispielsweise auch in hellion von steinberg möglich von uvi gibt es die falcon plattform da ist das möglich es gibt von moto auch den mach 5 sampler der glaube ich auf der gleichen engine basiert wie falcon und ich meine da geht es auch drin da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher also wie gesagt uvi falcon und steinberg hellion auf jeden fall und ansonsten gibt es noch so die sagen wir die etwas obskuren engines aber das sind so die die platzhirsche der großen sampler wo man halt eigene instrumente drin bauen kann aber ja ich denke wenn man anfängt mit sowas dann ist kontakt einfach da die beste wahl weil es extrem weit verbreitet ist und weil es auch wirklich einfach ist also da muss auch keine angst haben dass da irgendwas kaputt geht oder sowas einfach mal text editor aufmachen ein bisschen was skripten und dann können da ganz schnell spannende sachen passieren ich glaube das ist auch ein gutes schlusswort keine angst haben ja also auch mal was jetzt momentan passiert angst ist da kein guter berater und auch gerade auch gerade wenn es um so ein thema geht einfach mal unvoreingenommen irgendwie mit sich mit etwas beschäftigen mit dem man vielleicht bisher noch nicht so im detail zu tun hatte ich denke auch ich spreche in deinem sinne dass wenn da fragen sein sollten die vielleicht ein bisschen mehr noch ins detail gehen dass man sich dann stimmt auch gerne an dich wenden kann ja klar na also das ist super wenn da fragen sind einfach jetzt dann entweder hier jetzt dann unter dem post ins kommentarfeld schreiben oder ansonsten du bist ja auch überall dann auf den sozialen medien et cetera zu finden genau deine webseite und dann kannst du vielleicht noch ein paar leuten weiterhelfen falls die da noch mehr wissen wollen zu dem ja klar wenn ich helfen kann gerne einfach melden das ist hervorragend wunderbar klaus ja sehr schön interessantes thema wird sich damit auseinanderzusetzen und dir dann auch vor allem jetzt dann auch für die zukunft weiterhin viel erfolg und viel spaß in diesem thema in deiner tätigkeit als sound designer als audioingenieur dass es für dich gut weiter vorangeht und dass du vor allem auch in der zeit gesund bleibst und dann wenn es wieder alle einigermaßen normal wird das ganze dann auch wieder so richtig noch verstärkter loslegen kann ja vielen vielen dank passt alle euch auf euch auf und macht's gut alles klar danke dir klaus bis dann danke dir bis denn tschüss